Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Energie wieder zurückgewinnen, sich stressresistenter, stärker und vitaler fühlen. Mit nur einer Kapsel am Tag. Mediashop präsentiert Bio-Style Q10 und Selenium. Die Kapsel mit der einzigartigen Kombination aus unterstützenden Vitaminen und Mineralien, die Ihnen helfen, Ihren Energie- und Wohlfühlbooster zu zünden. Für ein strahlendes Selbst von innen heraus. Die patentierte Mikroverkapselung ist speziell dafür entwickelt, sich nicht gleich in der Magensäure zu zersetzen, sondern sich möglichst langsam aufzulösen. So kann der Körper die wohltuenden Inhaltsstoffe so aufnehmen, dass die größtmögliche Wirkung entsteht. Je älter Sie werden, umso mehr sogenannte Co-Enzyme verliert Ihr Körper. Ohne diese natürlichen körpereigenen Substanzen wird der Körper schwächer und anfälliger. Aber mit der Wirkstoffkombination von Bio-Style Q10 mit Selenium und Vitamin A, C und E können Sie sich besser und energiegeladener fühlen. Für ein strahlendes Selbst von innen heraus. Die Bio-Style Q10 Wirkstoffkombination enthält einen Mix aus Selen, Vitamin A, E und C und Co-Enzymen. Selen unterstützt das Immunsystem, die Gesundheit von Haaren, Nägeln und der Schilddrüse. Vitamin A ist wertvoll für den Eisenstoffwechsel, die Sehstärke und eine gesunde, strahlende Haut. Vitamin E ist wichtig, um die Zellen vor Schäden durch Oxidation zu schützen. Und Vitamin C hilft beim Stoffwechsel, dem Immunsystem und bei der Bildung von wichtigem Kollagen für Knochen, Haut, Zähne und für Ihr Energielevel. Mit dieser einzigartigen Kombination werden Sie sich besser fühlen. Mit nur einer Kapsel am Tag.